Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Part 1 Okay, und jetzt kann ich auch wieder reden Was ist denn da los? Ich habe mich schon sehr darauf gefreut Die Last of Us zu spielen Ich habe vor Ewigkeit, als es in der ersten Fassung rausgekommen ist Mein Let's Play gesehen Grundsätzlich weiß ich, was passiert Aber nicht mehr im Detail Und ich schaue auch die Aktuelle Real-Verfilm-Serie Ist richtig, richtig gut Und jetzt endlich Der Remake für den PC ist da Und ja, das wollen wir durchspielen Ich meine, die Last of Us hat eine ziemlich geile Story Coole Musik Und das Spiel an sich auch geil Und jetzt das Remake Ah, geil Genau das Richtige für mich Sodala Was haben wir denn hier Schönes? Ah, verdammt Ich habe mich total vergessen Herzlichen Glückwunsch Ups Ah, mit R können wir es öffnen So Du bist kein Fassil Noch nicht Herzlichen Glückwunsch Lieber Papo Also schön Du bist nie da Du hast die Musik, die ich höre Du verachtest die Filme, die ich mag Trotzdem schaffst du es Jedes Jahr aufs Neue Der beste Vater zu sein Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag Papst Hab dich lieb Sarah Ah, ich drücke immer die Escaped Oh, wie süß Und ich entschuldige mich noch für den Hall Den ihr vielleicht bei den ersten Episoden Jetzt noch hören werdet Denn, äh, mein kleines Studio ist auch nicht fertig eingerichtet Vor allem Diese Schamstoffdinger für die Wand und Decken Habe ich noch nicht dran Aber mehr Sorgen macht mir eher der Rechner Denn der ist ein bisschen Ah, gestresst Sagen wir es mal so Adminent Spikes at Area Hospitals F. Lesen Anstieg von 3% aufgrund von Missilösen Infektionen Hohe Aufnahmezahl in örtlichen Krankenhäusern Die bürgerlichen Lebensmittelüberwachung erweitert Die Liste der kontaminierten Früchte Riesige Rückrufaktion erwartet Okay, ja Jedes Mal Ich und mein Escape Ist doch einfach mal eine Olive auf der Toilette Kann man machen Boah, ich hab Glück Daddy So, erstmal ein bisschen umsehen Da läuft ein Fernseher Bist du hier? Dann, wo bist du? Das ist in der Nähe Und, äh Sofort alle hier wegbringen Es wird Gas aus Es scheint, dass die Soldaten hinter mir Ähm Okay Nix Gutes Wie gesagt, das geht hier gleich zur Sache Ähnlich wie in der Serie auch Wobei, naja Die Serie Und geht sich ja im Spiel So Okay Was, wo? Ach, da hinten Ähm Ja Zurücklegen Ja, keine Ahnung Ähm Okay Haben wir Hund Oh, da ist er ja 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 Yes Da ist der Erste Dad Komm her Komm her Komm her Ich warne dich Nein Geh Du hast ihn erschossen Ich hab ihn heute Morgen gesehen Hör mir zu Hier geht was Schlimmes vor sich Wir müssen hier raus Hast du verstanden? Ja Ich trau mich Los Los Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da ne Ahnung Komm Scheiße Da ist überall Blut Ist nicht meins Lasst uns einfach abhauen Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas Sagst du mir, was passiert ist? Später Also man muss schon sagen Die Grafik ist echt nicht schlecht Ganz gut Ja, ganz gut Machst du das Radio an? Ja, klar doch Ähm, können wir uns wieder anschnallen Für den Fall, dass wir irgendwo dagegen düsen Oder irgendwas in uns Oh, wie sie sich mitbewegt Je nachdem, wo ich hinschaue Sperren auf Kein Zugang zu Travis Wir müssen so schnell wie möglich weg Die 71 nehmen Die 71 nehmen Die 71 nehmen Die 71 nehmen Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus Tommy Ja Sorry Okay Okay Holy shit Ich muss ja gerade irgendwie an Red Dead Redemption denken, wenn ich das zu sehe Krass Ganz bestimmt Sind wir krank? Nein, natürlich nicht Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt Nicht hier Hast du hier nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt Alles gut Glaub mir Okay Ich meine, die Theorie, ne? Die Theorie, dass Pilze uns übernehmen können, ist gar nicht immer so weit hergeholt, ne? Okay Da kann ich mal so viel los hier Oh, Staub Geil Ja, das war's Scheiße Alle Ähm Ah, schlechte Idee Wo verrennen die weg? Ich versuch's ja Oh nein Wir können hier nicht anhalten, Tommy Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel Fahr zurück Hinter mir sind sie auch Da, da, da Versuch's Oh, scheiße, was ist das? Äh, Spiel laggt Sorry Vorsicht Ja, deswegen Hab ich gesagt Anschnallen Jetzt sind wir da dead Nice Ähm, da bahnt sich gleich Stress an Dad Ich bin da, Kleines Okay, gib mir die Hand Was ist denn? Ein Bein tut weh Wie schlimm Wir müssen jetzt trennen Oh, okay Und wir spielen wir da selber Oh, wie geil Mach die Augen zu, Kleine Können wir auch schneller gehen? Ähm Holy shit Krass Alles einfach nur ein guter aktiver Film, ey Ziemlich geil Ich bring dich hier raus Versprochen Eigentlich Würde ich ja gerne mal versuchen Nach hinten zu gehen Um zu schauen, was dann passiert Ähm Das war's dann, glaub ich In der Richtung Ja, wollte ich auch grad sagen Wo, 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 wo Scheiße, scheiße Ist tot Verdammt Hallo, komm, schneller, schneller Wir kommen durch den Zaun Lauf weiter Mach, dass ihr wegkommt Ja, aber Was glaubt, was ich mach Au Los zum Highway Los, du hast Sarah Ich bin schneller Ich bin schneller als sie Okay, Tommy Wir treffen uns dort Mach schnell Ah Nein, ich Wir müssen Ah Fuck, 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 fuck Ah, scheiße, der läuft uns hinterher Sie kommen näher Fuck, 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 fuck Schneller, schneller Ja, ich kann auch nichts machen Ich kann auch nichts machen außer schnell Oh, fuck Ist der noch hinter uns? Ja, ja, fuck Ist okay, Kleines Wir sind sicher Hey Helfen Sie uns Stopp Aber Aber Ja, Sir Glauben Sie mir, wir sind gesund Aber wir brauchen Ihre Hilfe Oh, scheiße Bitte nicht Oh, nein Sarah Okay, lass mich mal senken, Kleines Ich weiß, Sarah, ich weiß Hört zu mir, ich weiß, es tut mir Alles wird gut, Sarah Bleib nur wahr Okay, Sarah Ich heb dich jetzt hoch Ich weiß, Kleines, es tut weh Komm schon, Sarah, bitte Ich weiß, Kleines, ich weiß Sarah Kleines Kleines, du mir das nicht Du mir das nicht Ja, die Last of Us fängt schon ziemlich hart an Und auch diese Szene haben Sie in der Serie Ich gucke mir das Ich gucke mir das Werden immer knapper Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies Du kannst nur mit uns aufsteigen Und wenn du so dunklen verloren bist Such nach dem Licht Vertraue auf die Fireflies Ich komme Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein Für mich nicht Ich hab interessante Neuigkeiten für dich Wo warst du, Tess? West End Bezirk Hey, wir hatten eine Lieferung Wir Wir hatten eine Lieferung Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber Keine große Sache Gib mir das Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher Sie sind egal Was nicht egal ist Ist, dass Robert diese Penner geschickt hat Unser Robert Er weiß, dass wir ihn suchen Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen Mist, Kerl Er ist schlau Nein Er ist nicht schlau genug Ich weiß, wo er sich versteckt Natürlich weißt du das Im Lagerhaus in Area 5 Doch wer weiß, wie lange noch Na, dann gehen wir doch gleich Okay Von mir aus gern Ja, 20 Jahre sind vergangen Wir haben hier so einen kleinen sicheren Platz erst mal Und jetzt fängt die ganze Story erst so richtig an Ah, ich finde es gerade schön Dass ich jetzt gerade die Serie Ein bisschen vergleichen kann Wie genau sie sich an Spielkalten haben Oh Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus hier Das wäre zwar kein Viertel, wo ich jetzt wohnen würde Aber Erstmal sicher Aber es macht doch irgendwo Sinn Dass man so in der Stadt hier Einen sicheren Hafen macht Wo man sich gut abschotten kann Als wir aus dem Land draußen Hm, wohin? Achso, da Können wir mich da jetzt einfach mit dran stellen? Hallo Wie macht ihr das da eigentlich mit dem Anbau? Mit den Lebensmitteln? Hm Vitrokulturen wäre da auch mal nicht schlecht Boah, es läuft hier Stimmt, die hatten ja diesen Scanner da um zu schauen Ob sie infiziert sind Wetten, dass einer infiziert ist? Was zum Alter, der hat einfach mal eine Giftspitze reingehört Alles klar Hier wird nicht lange gefackelt Und umso mehr, die sich wegschleichen Kann ich da auch runter mal gehen? Na, geht natürlich das Tor zu Die wurden gelincht Die ganze Truppe? Ja Ich hab gehört, wir haben die Ich hab uns Papiere besorgt Sie sollten uns keinen Ärger machen Okay Ich hab einfach gut Immer Ausweise bitte Bitteschön Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei Besuch einen Freund In Ordnung Geht weiter Danke Ah, vielleicht doch nicht Ob die Sädie stammt Ah, was? Essence Base Schnelle Drehung Oh, okay Okay, das mit der schnellen Drehung Das Ja, machen wir schon Ich hab doch gar nichts Sieben Medikit ausrüsten Ja, sieben Hallo Zum Heilen gedrückt halten Passiert aber nix Drei Zwei Achso Ah, okay Ah, I see Okay Sie werden alle Checkpoints schließen Wir werden außen rum gehen müssen Was ich gerade ein bisschen doof finde Ist, das Spiel Greift auf meine Tastatur zu Und ändert die Beleuchtung Und jetzt im Moment Ist sie gerade ganz aus Mitgekriegt Ich war da Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei Bin gerade durch Keine Patrouille Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene Sie hat nach ihm gefragt Sie sucht nach ihm Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit Ich hab keine Ahnung, wo er steckt Fedra Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein Ja, dann bis bald Viel Spaß Viel Spaß Bis später auch Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht Wir sollten ihn vor den Fireflies finden Ich habe gerade die Lichtstimmung Ähm Von der Grafikeinstellung Dass ihr es mal gesehen habt Oh, warte mal Foto-Modus Foto-Modus Stell das P Was? Nein Was kann ich da alles machen? Drehen Bewegen Was? Nein Oh Wieso ist mit Rechtsklick immer Verlassen hier? Ah Ah Okay Oh, geil Kann ich mich da nicht wirklich frei rumbewegen? Okay Dann habe ich das auch schon weggefunden Wir sind dran Aber ne Was ich eigentlich machen wollte ist Äh Optionen Grafik Also wir sind hier auf Ultra Alles maximal Was soweit geht Jo Hey Leute Wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen Und wie sieht's hier aus? Ah Alles ruhig Keinerlei Militär oder Infizierte Das hört man doch gern Ah, da hinten So Überhaupt nicht offensichtlich Jo Hilf mir mal damit Jo Moment Die Okay Seid vorsichtig da draußen Immer Gibt's noch was in der Zeit zu sehen? Nö Schach und Poker Ja dann Geronimo Es werde Licht Oh Gott Das ist schlimm Wir sollten darauf achten Was sie wegwerfen So Unser Zeug Ähm Wo? Ah Da Oh Waffe ist schon mal Sehr gut Nicht mehr viele Kugeln Tja Du musst gut zielen Ich probier's Nachladen Oh genau Fünf Schuss Okay Ziel Ah mit Mausrad Kann ich auch hin und her Ah zwischen da oben aber nur Okay Ähm So Was willst du? Achso Bereit? Ja ma'am Na los Ähm Muss ich einfach springen? Okay Geh weiter Okay Vorsichtig Bin ich das nicht immer? Ist das ne Fangfrage? Ah da Mit einer hier Moment mal Ich will erstmal da hinten Nachsehen Ob ich da was finde Also Schwierigkeitsgrad Ist Mittel Hm Da kannst du nicht sehr viel Oh wie geil es aussieht Hammer Und was hier gut ist Keine gut ist hier Ja doch der Level Designer hat die ganze Arbeit geleistet Kann ich mit dir gerade nicht eben noch reden? Ja dann halt nicht Hat sich ausgedehnt Da ist sie Hab sie Gut bring sie rüber Ach da hin Okay Alles klar So Einmal da ran Ladies first Lady Du musst mich wohl verwechseln Alles ist relativ Hier lang Boah Schaut euch mal das an Das ist ja auch geil Schaut auf den Billardtisch Ja ich komm gleich nach Ich will mich erstmal umsehen hier Schalt dir mit Tee Deine Taschen ein oder aus Was ist das? E? Meierfleißmütze Okay Gibt es bestimmt ein Achievement Wenn ich da alle finde So Bin da Oh bitte seine Wo wir von Waren reden Wann kommt was Neues rein Wir treffen Bill nächsten Monat Mehr Pillen Viel Munition Vermutlich Warte Sporen Oh du machst das eh von alleine Gut Wo zur Hölle kommen die her Bisher war es hier sauber Die kommen irgendwo raus Pass auf Ah was ist das? Ah achso Okay Ja das war vielleicht nicht so schlau Ja dann ist schon zu spät Will mich nicht verwandeln Bitte Was willst du jetzt tun? Gehen wir Ja bitte nachkommen Moment erstmal nachsehen Ihhh Das sieht aber nicht so jung aus Eher älter Jo Das sieht alles nicht sehr gut aus Überraschend wenig Loot Oh vielleicht kommt es erst noch Oh gut Gehen wir da mal weiter Oh fuck Oh da wehen wir noch welche Oh stimmt Alter Okay Da hinten sind noch mehr Kann ich mich da irgendwie Ja die würden mich sehen Aber vielleicht können wir die umgehen Irgendwie Ah ich glaube die sehen uns da Oder auch nicht Ah wir gehen mal nach oben Okay die war jetzt ganz schön dämlich Hier oben Nein Uh da geht eine Tür auf Na Loot 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 Ja wow Ich bin voll Ah schön wäre es gewesen Ähm Bitte nicht durchbrechen Bitte nicht durchbrechen Dankeschön Warte mal Sinn Boah Wie geil Ja Und für die Aussicht hier Moment Ich schaue mich da noch kurz um Aber ich glaube da gibt es Nichts für uns Munition wäre halt nicht schlecht Okay Wieder das nächste Gebäude Ah aber da könnte es doch irgendwie Loot haben oder Komm spiel Gib mir was Das Spiel wird mich nicht belohnen für dich Dass ich mir hier alles ansehe Ja da oben vielleicht Immer schön da hingehen Wo man eigentlich nicht hingehen sollte Mhmm Verdammt Das Breddismäck Vielleicht Gehen wir kurz nach da unten Mhmm Da ist aber Ach da ich jetzt sowieso hier rum Runter müssen Okay Ähm Ich geb dir das mal Hier Reich ist rüber Sehr schön Das ist ganz schön schwer Ich werde das schon schaffen Okay Ja komm Du kannst wieder aufstehen Und da drüber Schwing deinen Arsch hoch Dann los Lass uns nachsehen Ob hier Soldaten sind Und Loot Alles klar Komm Stellt euch mal vor Das wäre jetzt hier alles noch normal Ne Wenn wir eine Wohnung haben Und dann hast du den Ausblick hier nur so In den Hinterhof Ich weiß nicht Das ist irgendwie deprimierend Ähm Ich probier's trotzdem Komm ich natürlich nicht durch War ja klar Mach zu Nimm dir die Kugel Wir brauchen sie noch Kugel Oh Endlich Loot Ähm Hat's da noch mehr? Ja Nö Das war alles Was international shipping Available Was drauf ist Schau nach Schau nach Ob die Luft rein ist Keine Soldaten Keine Männer von Robert Ja Ähm Okay Du weißt Was erwartet Na das macht's interessanter Los geht's Na komm Ähm Und da Ach kein Loot hier hinten Schau Meinsinn Uh Ähm 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 Aufgeräumt Was geht hier so? Ohne Lebensmittelkarte Gibt's kein Geschäft Ich tausche nicht Gegen Kugeln Ja Schon gut Ich schau mich ja nur um Ah ok Hier gibt's Essen Mhh Lecker Jetzt beruhig dich Tut mir leid Wir sind alle vorgestellt Hat keine Stunde gedauert Komm nächste Woche wieder 15 Essenstickets Für den Hund Oh ok Komm der ist Lass mal weitergehen Oh oh Ja der sieht nach Stress aus Hallo Ciao Ja ja Oh Uh Fight Club Pfff 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 Na wo willst du denn hin Pfff 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 Oh sorry Tess Ihr gehört zusammen Geht einfach weiter Pfff 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 Sehr freundlich Danke Wer ist das Alter Bekannter Frag nicht Aber ich hab gefragt So was haben wir hier Was willst du Gar nichts Ich will mich doch nur umschauen Okay Das Werkzeug und so Na ja da brauchen wir rumspielen Gibt es da was interessantes Okay das ist auch ein sauberer Bereich so wie es aussieht Ich suche Robert War er hier? Vor einer halben Stunde Er ist zurück zum Kai Da ist er jetzt Das waren jetzt irgendwie sehr viele Marken für diese Auskunft Ja das sieht nicht mehr so gut aus Das Zelt Und das sieht nach Showdown Platz aus Ah ich hab's doch gewusst Los geht's Lasst uns durch Dreht um und geht zurück wenn ihr wisst was gut für euch ist Es geht nicht um euch Wir wollen nur Robert Macht euch locker Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht Ich gehe nirgendwohin ohne Robert Mischstück Ich mach dich kalt wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern weg schaffst Scheiß drauf In Deckung Holy shit Bereit? Ja Nein Ich geb Deckung Ziel auf sie Was ist sie denn? Nice Aber das war jetzt irgendwie Kugelverschwendung Und haben das jetzt nicht alle Leute gehört in der Gegend Du auch Wo hat er die ganzen Leute her? Hey Oh shit Machen wir dem ein Ende Ähm Du Munition Nix Okay Ciao Ich hätte die Bistole gern mitgenommen Aber ja Ist wie es ist Mist Hier geht es nicht durch Ja dann eins nehmen wir an Okay gut Gebt mir die Hand Bitte Ih Ratten Oder Mittagessen Je nachdem Wie man sieht Wenn der Zeit wo das jetzt gerade spielt Eher Mittagessen Manchmal sind die Farben ein bisschen komisch Vor allem bei seinem Bart ab und zu Weiß nicht ob das von dem Nvidia DLSS kommt Das ist aber wieder Showdown hier Wo geht es denn da runter? Ähm Was genau sollen wir jetzt hier machen? Wer drüber ist, nicht Ich habe so das Gefühl, ich hätte eigentlich irgendein Trigger starten sollen Da geht es auch nicht drauf Achso, da Ich meine, ich bin so doof Mehr von Roberts Leuten Tja, ich sehe sie Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat es erwischt, als sie Tess jagten Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind Jetzt wegen Robert Scheiße Hätten wir den Job mal abgelehnt Was soll man machen? Nicht mehr und leise, Cowboy Überprüfen wir alles Nicht, dass hier wer rumschleicht Komm, 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 komm Ja, ja, ich mache ja schon Nice Da ist er wieder Mein Bart Okay Unser geiler Sinn Keiner da Ähm, Waffe Munition Komm, gib, gib, gib Sprinten ist lauter und kann die Gegner portion verraten Ja, das macht Sinn Hast du Munition? Ihr Munition? Keine Munition Oh, was? Okay, ich dachte, da wäre keiner mehr gewesen So, Munit Nicht mal da Ah, eben da hin, Schlüssel Das kann ich auch nicht mitnehmen Ah, ich kann es mir doch nicht erzählen, dass ihr da keine Munition für Pistolen oder so irgendwie habt Da ist er auch voll Uh, Munit-Dorf-Cocktail Wäre natürlich gut, wenn die halt alle irgendwie zusammen Oh, er steht grad super ideal Ja, dankeschön Okay Liebe Leute Ich schaue mal auf den Timer Wir sind schon wieder an der Zeit Ich würde sagen, für die erste Episode war es das Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da Oder einen Kommentar Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode Ich freue mich schon so Bis bald Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis dann, euer Brabura Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao